Was ist das? Was? Was? Heilige Scheiße, oh mein Gott. Bist echt korrekt, hast du verdient. Was? Digger, heilige Scheiße, er donatet 50 Euro, Digger. Einfach so, Digger, einfach so 50 Euro. Julian, you donatet 50 Euro. Ich hab nicht mehr viel Shotgun, Moon. Nein. Nein! Nein! Weil du geil bist. No, was? Was? Julian, Julian, rede mit mir. Julian, Julian, was? Digger, Digger. Heilige Mutter Maria, Sohn Gottes im Himmel. Bitte, ich bitte dich. Julian, ich bitte dich. Julian, ich bitte dich. Heilige Scheiße. Er donatet einen 50er. Und davor noch mal. Oh mein Gott. Ja, mach halt Auge, Digger. Was, Mann? Und zwar den Typen, den könnte ich trollen. I'm looking like... I need money, 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 money. I need money, 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 money. I need money, 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 money. Let me get rain on. Alle lieben. Fuck, Mann. Fuck. Was? Heilige Scheiße. Ich fick mein Leben, Digga. Heilige Scheiße. Nein, Digga. Kannst du nicht bringen. Kannst du nicht bringen. Ich kann. Real Talk. Real Talk. Jetzt mal Real Talk. Kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Du kannst es nicht bringen. 120 Euro im heutigen Stream. Allein nur von Julians You. Julians You, Digga. Julians You donatet 170 Euro in diesem heutigen Stream. Was? Julians You hat nochmal 60 Euro donatet? Julian. 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 Ich möchte mal mit dir auf dem Teamspeak reden. Julians You hat mir jetzt einfach mal wieder 60 Euro donatet. Was? Zeigst du ihr noch CSGO, Fightix? Ich sehe es nicht gerade. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Jetzt sind es 300 Euro. Digga. Julians You donatet nochmal 70 Euro. Digga, Julian, Mann. Julian, Digga. Was zur fucking Hölle? Ist das real oder ist das fake? Julian. Nochmal, Julian, Digga. Du musst dich zu viel altern. Obwohl, wir können jetzt eigentlich erstmal ganz gedegen Factory gehen. Können wir erstmal... Jetzt sind es 500 Euro und das ist aber auch der Rest für heute. Was zur fucking Hölle? Julians You... Was? Junge, Julians You donatet... 200 Euro. 200 Euro. Zwei grüne Scheine, Digga. 200 Euro? Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Auf jeden Fall. Night Boys. Reaktion war schon nicht geil. Ja. Haut rein und... Tschüssi.